Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und das ist das HP Elite X2 1013 G3. Es ist der deutlich modernisierte Nachfolger des HP Elite X 2012 G2 und bietet ein größeres Display mit höherer Auflösung, deutlich bessere Hardware und ein gänzlich anderes Design. Das HP Elite X2 ist natürlich ein Surface Clone, aber das ist längst nichts Schlechtes. Microsoft will sogar, dass die Hersteller das Surface Pro als Inspiration nutzen. Es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen Inspiration und einer blinden Kopie. Und HP hat die guten Ansätze des Surface Pro genommen und das Konzept dort erweitert, wo man gedacht hat, dass es Defizite aufweist. Fangen wir mal außen an beim Design, denn das ist beim HP Elite X 2013 G3 ein echtes Highlight. Es hat ein richtig interessantes und spannendes Gehäuse, wo die Seiten des Geräts nach innen abgeschrägte Kanten aufweisen. Das Tablet hat eine sehr markante Gehäuseform und das hat nicht nur ästhetische Gründe. Zum Beispiel braucht es deshalb keine, ich nenn's mal, Lasche für den Kickstand, die man beim Aufklappen mit den Fingern ertasten muss. Man greift einfach in diesen Zwischenraum, egal wo, und kann den Kickstand dann aufklappen. Dadurch sieht das Design auch irgendwie sauberer und schöner aus, finde ich. Das HP Elite X2 ist mit echt großer Rücksicht auf Details gebaut worden, was sich auch bei der Verarbeitung bemerkbar macht. Obwohl es so dünn und leicht ist, fühlt es sich unglaublich wertig und sehr solide an. Und nicht nur das, dank 6 Schrauben hinter dem Kickstand können SSD, WLAN Chips und der Akku relativ einfach getauscht werden. Und es gibt noch einen großen Unterschied zum Surface Pro. Die Verfügbarkeit von USB-C. Genau genommen hat das HP Elite X2 ausschließlich USB-C-Anschlüsse und zwar 2 an der Zahl samt Unterstützung für Thunderbolt 3. Damit nutzt das Gerät bereits alle Technologien, die der Standard heute hergibt und man ist gerüstet für die Zukunft. WLAN kann heute fast jeder Drucker, praktisch jeder moderne Fernseher und es gibt im Unternehmensbereich sehr gute USB-C-Docs für den Schreibtisch. Klassische USB-Sticks braucht man heute ganz selten, vor allem wenn man zum Übertragen von Dateien einfach die Umgebungsfreigabe nutzt. Gelegentlich gewünscht hätte ich mir lediglich einen Micro-SD-Karten-Slot, denn dafür musste ich immer wieder Dongles verwenden und die Übertragung von Fotos und Videos von der Kamera dauert per WLAN oft ziemlich lange. Besonders angesichts der Tatsache, dass das HP Elite X2 ein hervorragendes Photoshop-Tablet darstellt, ist das etwas schade. Das Tablet verfügt nämlich über ein 13 Zoll großes Display mit 3000 x 2000 Pixeln und einem entsprechenden Seitenverhältnis von 3 zu 2. Es ist damit etwas größer als der Vorgänger sowie das Surface Pro 6, aber immer noch sehr kompakt in der Bauweise. Das Display ist hervorragend, kann mit einer sehr guten Schärfe und schönen Kontrasten aufwarten. Die Helligkeit ist gut. Man kann gerade noch draußen im Sonnenlicht damit arbeiten. HP bietet allerdings eine optionale Full-HD-Variante an mit einer brillanten Helligkeit, womit man dann problemlos auch in der Sonne arbeiten kann. Das neue HP Elite X2 bietet auch Stiftunterstützung dank des optionalen HP Active Pen, welcher bei unserem Testgerät allerdings eher unzufriedenstellend funktioniert hat. Wohl aufgrund eines Hardware-Problems zitterte der Stift und manchmal gab es komplett fehlerhafte Eingaben durch den Stift, wodurch Inking darauf schwer bis gar nicht zu gebrauchen war. Wir sagen aber auch dazu, dass es sich hier sehr wahrscheinlich um ein isoliertes Problem unseres Testgeräts handelt. Es gibt dazu überhaupt keine Berichte im Internet von Nutzern, also ist es sehr wahrscheinlich eher ein unerfreulicher Einzelfall. Es gibt dafür aber ein ganz anderes interessantes Problem, das kein Einzelfall ist. Der HP Active Pen stört nämlich die Lüfter des Geräts und könnte so zu Überhitzungen führen. So absurd das auch klingen mag, es ist wahr und HP hat das Problem bereits auf der offiziellen Seite dokumentiert, obwohl man dort Windows 10 Mobile als Betriebssystem des Tablets angibt. Wenn der Stift nämlich auf der Rückseite des Tablets liegt, könnte der Magnet im Active Pen G2 die Bewegung des Lüfters stören. Es gibt nichts, was ihr an dieser Stelle dagegen tun könnt, außer den Stift nicht auf die Rückseite des Tablets abzulegen, wenn es gerade unter Last steht. Das dürfte man realistisch ohnehin nicht tun, denn damit der Stift darauf liegen kann, muss es zugeklappt sein und demnach ist es nicht in Verwendung. Aber es ist eine interessante Besonderheit und es beweist, dass man als Hardwarehersteller auch bei aller Liebe zum Detail nicht immer ganz perfekt arbeiten kann. Dass das HP Elite X 2013 G3 über einen Lüfter verfügt, ist an sich jedoch schon eine Besonderheit. Unser Testgerät war mit einem Intel Core i5 8250U Prozessor mit 4 Kernen ausgestattet, 8 GB Arbeitsspeicher und einer 256 GB großen SSD. Außerdem hatte unser Modell ein LTE-Modul samt SIM-Kartenslot verbaut. Das ist typische Ultrabook-Hardware in einem knapp 8 mm dünnen Tablet. In Geekbench schafft das Gerät knapp 13.000 Punkte mit dem schwächsten verfügbaren Prozessor, während das aktuelle MacBook Pro mit Core i5 Prozessor auf knapp über 9.000 Punkte kommt im Multicore-Test. Der Performance-Unterschied zwischen den beiden Geräten beträgt somit etwas über 3.500 Punkte oder um es anders zu formulieren, fast die gesamte Leistung eines Microsoft Surface Go. Die Performance der zwei zusätzlichen Kerne im HP-Tablet im Vergleich zu Apples Laptop für Profis macht sich besonders bei der Videobearbeitung deutlich bemerkbar. In Premiere Pro sind Rendering-Zeiten kürzer und insgesamt läuft die Bearbeitung in der Timeline flüssiger ab. Besonders bei Videos mit 4K-Auflösung ist ein Unterschied deutlich bemerkbar. Der Preis für HPs vielseitiges Businessgerät ist dann aber doch etwas höher. Zum Testzeitpunkt kostet diese Variante etwas über 1.600 Euro. Einen Link zum günstigsten Anbieter gibt es übrigens in der Beschreibung. Man bekommt dafür allerdings ein leistungsfähiges Gerät für unterwegs mit einem hervorragenden Display und im Gegensatz zum Surface Pro ist die Tastatur auch mitgeliefert. Diese verfügt typisch für HP auch über einen sehr hohen Hub sowie ein solides Feedback. Die Tastatur am Elite X2 ist außerordentlich gut geeignet zum Tippen längerer Texte. Im Vergleich zum Typecover des Surface Pro ist sie nur geringfügig schwächer würde ich sagen. Für den Alltag ist es dennoch eine sehr gute Tastatur, worauf man gerne auch länger arbeiten kann. Das einzige, was man wirklich an diesem Typecover kritisieren kann, ist das Design. HP verleiht der Tastatur nämlich auf der Rückseite so eine Fake-Leder-Oberfläche. Aber die ist gar nicht so sehr das Problem. Es ist die Farbe. Es ist Elefantengrau. Man hat hier ein richtig edles Business-Convertible mit einem richtig edgy Design und anstatt es richtig stilvoll und mutig in dunkles Cognac-Braun zu färben, ist man damit die graue Maus im Office. Für das Touchpad hat HP ebenfalls Bestnoten verdient und das hat man auch der Tatsache zu verdanken, dass man ausnahmsweise Microsofts einheitlichen Präzisions-Touchpad-Treiber einsetzt. Das Trackpad ist geräumig und sogar größer als beim Surface Pro. Es ist präzise und reagiert sehr zuverlässig. In Sachen Akkulaufzeit verspricht HP beim Elite X2 bis zu 10,5 Stunden, die bei realistischen Verhältnissen nicht zu erreichen sind. Immerhin schafft das dünne 13-Zoll-Tablet eine sehr gute Laufzeit von 7 bis 8 Stunden bei alltäglicher Nutzung. Während das etwas weniger ist als beim Surface Pro 2017, so ist es dennoch ein sehr guter Wert für ein Windows 10-Tablet. Insgesamt ist das HP Elite X2 1013 G3 ein sehr gutes Windows-Detachable, das sehr wenig falsch macht und sehr vieles richtig. Genau so soll es sein. Und die paar Marken, die es hat, beispielsweise das mit dem Stiftmagneten, würde ich glatt als Eigenheiten abtun und es ist nichts, was einen im Alltag echt stören würde. Die ganz großen Fehler hat das Tablet einfach nicht. Der Preis für das HP Elite X2 ist vergleichsweise hoch, würde man auf den ersten Blick sagen. Die von uns getestete Variante mit dem Core i5-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD und LTE-Konnektivität kostet derzeit 1615 Euro. Das ist eine Menge Geld. Ein Surface Pro 6 mit derselben Konfiguration kostet aktuell etwa 1350 Euro und hinzukommen mindestens 110 Euro für ein Type Cover. Rechnet man es herunter, ist es insgesamt ein 150 Euro Aufpreis für Windows 10 Pro und LTE. Das HP Elite X2 1013 G3 ist jetzt zweifellos kein Schnäppchen, aber es ist auch nicht übermäßig teuer. Denn ein iPad Pro mit gleichem Speicher, LTE und Tastatur kostet fast 1700 Euro. Und das ist ein Spielzeug und kein Computer. Das HP Elite X2 ist ein voller Windows-PC im Tablet-Format, mit all den Stärken, die man sich unterwegs nur wünschen kann. Es ist leicht, dünn, ausdauernd, sieht gut aus und ist toll verarbeitet. Dank einer Performance, die selbst das MacBook Pro in den Schatten stellt, ist es ein echt tolles Arbeitsgerät für den mobilen Gebrauch.